Hey Freunde, Servus, ich bin der Renden, wir spielen Until Dawn weiter und wenn mich nicht alles täuscht, müsst jetzt eine Rückblende kommen, bei der ich euch viel Spass wünsche. Ich hatte gerade genug Spuk für eine Nacht, okay? Ich sehe ein heißes Bad in meiner Kristallkugel, viel Spaß noch! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh shit! Ein Mann könnte mit dem Vorfall im Zusammenhang stehen, doch sein Aufenthaltsort ist derzeit unbekannt. Da gibt es auch noch dieses alte Sanatorium auf dem Berg. Könnte er sich da verstecken? Furcht! Sechs Stunden bis zum Morgen. Wir spielen wohl mit Mike weiter. Scheiße! Gar nicht gut! Nein, gar nicht gut! T形 haben wir jetzt schon. Ach, es hilft, es hilft, es heilt? Bis zum nächsten Mal. Es funktioniert. Jetzt kommt es. Okay, sehen wir uns das mal genauer an. Okay. Gut, schauen wir uns mal um. Ich erinnere mich an das Totem aus dem letzten Part, wo man gesehen hat, dass wir einen der Wölfe gestreichelt haben. Also glaube ich nicht, dass die so böse sind. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich schaue mich gerade mal um, ob es hier irgendwelche Hinweise oder Totems gibt. Und ich vermute, dass wir Zugang erlangen durch diese Klappe, die da war. So, rechts wird es normalerweise weitergehen. Ich gehe jetzt hier lang. Und laufe sogar noch ein Stückchen weiter in der Hoffnung, dass... Ah, da ist sogar was. Hoffentlich nicht nur das Tor. Ha, geil. Okay, Matt vor einer Zonentür oder so. Soll mir recht sein. Den Film von den Totems werde ich später nochmal abspielen, wenn wir mehr gefunden haben. Ich glaube, mit so einzelnen Stückchen macht das nicht so viel Sinn. Ich weiß aber nicht, ob ich es schaffe, dass ich den Film komplett zeigen kann. Durch die Eingangstür will ich erstmal nicht... Da habe ich so keinen Bock drauf, sondern ich will gleich durch die Klappe gehen. Schauen wir aber erstmal da vorne links... Ob ich durch den Zaun komme, oder nicht. War das eine super Kraft? Geh auf! Kamehameha! Verdammt. Okay. Die oft sagten der, okay, 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 okay. Ich glaube, hier geht es regulär weiter. Ich sagte, ich will versuchen, mich... Entschuldigung. Toter Frosch im Hals. Da oben geht was. Müssten wir erstmal... Es blinkt aber... Ich habe keine Ahnung, wie ich da hochkommen soll. Nöööö. Kein Weg. Dann scheiße ich drauf und gehe weiter. Übrigens hat er in der Rückblende das Gewehr mitgenommen. Und wir haben es bei unserem Playthrough aber fallen lassen, nachdem der Schuss nach hinten losging. Oder kein Schuss kam. Ich habe noch keine Ahnung, was das bringen soll. Ah, Treppe gebaut. Das sah ekelhaft aus. Aber gut. Aber gut. Ich vermute mal stark, jetzt kommen wir an diesen Generator. Wirklich balancieren muss ich hier nicht. Einfach nur geradeaus laufen und gut ist. Na, also, jetzt kommen wir ins Sanatorium rein. Der freut sich immer, wenn er irgendwo hochguckt. So ein Lieber, der Maik. So ein Lieber, der Maik. So ein Lieber, der Maik. So eine Scheiße. Oh, was zum... Okay, wir brauchen wohl einen Schlüssel oder etwas Ähnliches. Ich kann es nicht oft genug betonen. Das Spiel sieht fantastisch aus. Also, ich bin echt begeistert, wie das Spiel aussieht. Oh, erst mal der Bauchstreichle, Junge. So ist es fein. Er hat bestimmt Hunger. Die haben den ganzen Abend noch nichts gegessen, gell? Auf dem Klo war auch noch keiner. Ist in jedem Horrorfilm so. Oh, ein Safe. Da wollte aber jemand unbedingt reinschauen. 30 Stechuhrkarten. Übrigens, falls ihr das vorher nicht so gemerkt habt, äh... Ich kann tatsächlich die Lampe bewegen, mit dem rechten Stick. Und das beeinflusst auch ein bisschen so, wo er hinguckt. Und ob wir dann die Collectibles sehen oder nicht. Also diese Hinweise oder Totems. So wie hier. Was für ein geiler Hinweis. Leck mich fett. Ich gehe zuerst rechts. Weiter runter geht's nicht. Gut. Wie in den anderen Parts. Jetzt krolle ich hier langsam runter. Sodass ihr es stoppen könnt und lesen könnt. Ich habe nicht vor, das Ganze vorzulesen. Ich denke, das würde alles unnötig in die Länge ziehen. Ich selbst lese es quer. Was ich doch relativ gut kann. Ist ein Skill, den man sich aneignen sollte. Ist sehr oft sehr praktisch. Die Treppen runter will ich noch nicht. Okay. Okay. okay einer wollte beißen hat er Hunger gehabt der gute gute so natürlich müssen wir die gruselige Treppe runter geht nicht anders war ja logisch kein Mitleid für den Spieler so geil vorbereitet für alles ach du Scheiße was war denn hier los jam 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 sonst gibt es hier keine Hinweise und ich komme nicht mehr raus doch jetzt nicht wundern wenn ich aus den komischen Ecken laufe ich würde gerne schauen dass ich so viel wie möglich mitnehme aber ich wette mit euch dass ich trotzdem über die Hälfte einfach verpasse dass es was könnte wer wer würde denn äh links rechts äh Hunde ich gehe rechts fuck this shit hey wir würde hier keine Presse wollen in diesem Paradies ich befürchte ja jedes Mal wenn ich so einen Hinweis zurücklege oder so ein Dokument dass es dann voll assi los geht dass dann irgendwo so ein Schreckmoment kommt oder sowas weil bis jetzt ist ja alles noch ganz gechillt Junge wie saust wie saust du aus ist aber geil gemacht mit dem Totenschädel und dem Kamerawinkel hier schon fett eine Radde okay hier ist der Stuhl wo wir vorhin waren und da steckt ein Arm drin okay mit dem Zeug füttert er sie ja mach was scheiß drauf Finger amputieren komm weg damit wenn der Hund kommt will ich so schnell wie möglich aus der Falle raus sein oh shit oh shit oh shit oh shit oh shit oh shit fuck fuck okay 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 sauber machen und dann geht's weiter okay kann ich die nochmal mitnehmen vielleicht kann man sie ja später wieder dran nähen oder sowas nee schade denkt ihr dass es mit einer Machete so einfach geht durch die Knochen im Finger zu gehen hey übrigens der Hund scheint nicht zu kommen beziehungsweise der Wolf tödliche Fleischwunde am Hals das ist ja die Zombie-Klinik oder was die auch in der Haaland ist ja die Er klingt irgendwie stark nach Zombies. Hättest du nicht erwartet. In dem Spiel jetzt. Scheiße, ist das krank. Wirklich krank. Okay, sehen wir mal. Die muss ja richtig im Hals gewesen sein und dann wieder hochgekrabbelt sein oder so. Schon krank? Okay. 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 Jetzt bist du aber so lange... Ah! Ah! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Ich wollte gerade sagen, jetzt müsste aber mal langsam was passieren. Und dann sowas, ey. Ohne Witz, hör mir auf, ey. Ich bin ja froh, dass kein Quicktime-Event draus gemacht wird. Ich hasse das, gell, wenn der Rechtsseite ist, Viereck, Kreisteil, schnell geht's, aber schnell, 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 schnell. Okay, wieder hier. Es ist immer Freude, wieder hier. Das ist der Wahnsinn. Nee, 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 ich mach nichts. Okay, okay. Ganz brav, ganz brav. Ja, ganz brav. Verfickter Hund, ey, leck mich am Arsch. Annähern. Ich hab ja im Totem gesehen, dass es funktionieren sollte. Mal schauen, wie das funktioniert. Ist das ein fettes Vieh. Leck mich am Arsch. So, geil, jetzt ist es mein bester Freund. Na, Kleiner? Ja, aber... Oh, 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 oh. Ach, ja, nein, mag doch jeder was. Weil ich sagen muss, ich wollte jetzt eigentlich nicht nochmal dahin laufen. Äh, der Typ ist da hinten rechts rein. Ich schau mich aber erst mal um. So, was haben wir denn hier? Komm schon! Komm schon! Ah, da liegt ein Revolver, alles klar. Da hat er echt Glück gehabt, dass es funktioniert hat, ne? Jetzt sind wir bereit für den Kampf. Wenn denn einer kommt. Was für ein Freak. Wie gesagt, hinten rechts geh ich noch nicht entlang. Schauen wir mal, was hier geht. Vielleicht kann ich so ja die Wölfe besänftigen. Alter, sah der Knochen ekelhaft aus. Aber stehen jetzt in der Hand? Ja. Da liegt noch was. Jetzt muss ich da komplett außen rum... Obwohl der Hund eigentlich schon ruhig ist, gebe ich dem jetzt mal noch den Knochen. Ja, genau. Ganz brav. Ruhig. Okay, habt jetzt nicht wirklich viel mehr gebracht. Ich weiß nicht, ob das vonnöten war oder nicht. Auf jeden Fall gehen wir jetzt endlich durch den Exit. Und schauen, was passiert. Okay, also es ist wirklich vonnöten, dass man den Revolver mitnimmt. Anders kommt man hier nicht weiter. Bevor ich den offensichtlichen Weg gehe, schaue ich mich noch um. Ist logisch. Sprich, wir werden sterben oder könnten sterben? Gefällt mir nicht. Ah gut, soweit ich weiß, kann glaube ich jede Figur sterben in dem Spiel. Oder fast jede. Die Frage ist halt, wie stellt man sich an und wen rettet man und wen nicht? Braucht er ewig, um da runter zu laufen? Ich dreh durch. Vor allem, das wird ja immer ekelhafter, wo der hinkommt. Natürlich, so. Wie oft der okay sagt, ist nicht okay. Es gibt welche. Achso. Oh shit. Hey. Oh shit. Oh shit. Oh shit.